Diese hier zum Kauf angebotene 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Solingenburg-Höschheit. 1928 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 80 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 99.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.